Musik Hallo, herzlich willkommen zu Sally's Welt. Meine letzte Brunch- und Frühstücksidee hat euch ja super gut gefallen. Da habe ich ja mit der Iris zusammen kleine Brötchen gebacken im Tontopf mit so kleinen Frischkäseküken und Bärlauchbutter. Heute gibt es eine weitere Frühstücksidee und zwar machen wir Frühstücksmuffins aus der Muffinform. Und die werden richtig lecker mit Spinat und etwas Schafskäse, kommt später noch mit rein, ein Ei ist in der Mitte. Im Prinzip könnt ihr es auch abwandeln. Ich mache es jetzt mit einem Quarkölteig, werde aber statt Quark etwas Joghurt benutzen. Für den Joghurtölteig verwende ich 300 Gramm Mehl, einen Teelöffel Backpulver, ein Ei, einen Teelöffel Salz, etwas Pfeffer und Chili, 40 Milliliter Sonnenblumenöl und 150 Gramm Gazi-Sahne-Joghurt. Jetzt nehme ich zuerst die trockenen Zutaten. Die kommen in eine Rührschüssel. Und ihr braucht für das Rezept auch keine Küchenmaschine. Im Prinzip könnt ihr den Teig auch gern mit der Hand verkneten. Kurz die Zutaten verrühren. Und das ist auch echt so ein typischer Teig, muss ich sagen, aus der türkischen Küche. Da nimmt man halt Joghurt. Da gibt es auch keinen Quark. Das Ei dazu. Etwas Öl. Ich nehme jetzt hier Sonnenblumenöl, aber wer es gerne mag, kann auch Olivenöl nehmen. Und den Sahne-Joghurt. Und der Gazi-Sahne-Joghurt, der ist ganz besonders, finde ich, der hat nämlich so eine leichte Säure. Also der ist nicht so süßlich, wie sonst immer Joghurt, finde ich. Der ist einfach so leicht säuerlich und passt echt super. Der ist perfekt. So, jetzt ganz kurz verrühren. So sieht der Teig jetzt aus. Und jetzt teile ich ihn in zwölf Portionen ein. Ihr könnt gerne auch ein bisschen Mehl nehmen auf die Arbeitsfläche. Und jetzt eine Teigportion nehmen. Ein bisschen ausrollen zu einem Kreis. Dann könnt ihr damit die Muffinform auslegen. Da habe ich jetzt bereits Papierförmchen drin. Und so entsteht ein kleines Körbchen. Da kommt dann gleich die Füllung rein. Sind alle ausgekleidet. Jetzt ist die Füllung dran. Die könnt ihr auch gerne vorher schon vorbereiten. Für die Füllung verwende ich eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, einen Esslöffel Olivenöl, 100 Gramm Babyspinat, etwas Salz und Pfeffer, eine Muskatnuss, einen halben Bund Petersilie, 200 Gramm Gazi-Schafskäse und zwölf kleine Eier. Die Zwiebel und die Knoblauchzehe werden jetzt fein gewürfelt. Und das Öl kann ich schon mal in einer Pfanne erhitzen. Dann die Zwiebel und Knoblauchwürfel anbraten, bis sie schön glasig sind. Und wenn ihr keinen Babyspinat habt, sondern großen, dann könnt ihr den jetzt auch noch ein bisschen schneiden. Und ich kann in der Zwischenzeit schon mal den Schafskäse zerbröseln. Zu den Zwiebeln gebe ich jetzt den Spinat dazu. Mein Lieblingsbruch sieht jetzt nach ganz viel aus, aber gleich fällt er zusammen und dann ist es nur noch ganz wenig. Das ist Zauberei! Jetzt noch Salz und Pfeffer rein und ein bisschen Muskat. Schon fertig. Das war jetzt eigentlich schon der ganze Zauber. Alles ist vorbereitet. Das mit dem Spinat ist echt optional. Wenn ihr sagt, es muss wirklich super schnell gehen, dann lasst es mit dem Spinat weg. Nehmt einfach hier die Zutaten. Gerne noch Speck oder Sucuk zum Beispiel dazu. Dann ist es nämlich noch schneller. So, jetzt habe ich ja hier meine Förmchen. Da setze ich unten rein erstmal ein bisschen Käse. Und da habe ich mich jetzt für Schafskäse entschieden, weil der einfach schön würzig ist. Wenn ihr absolut kein Schafskäse-Fan seid, könnt ihr auch Hirtenkäse nehmen. Der ist auch schön würzig. Was ich persönlich nicht so mag, ist Ziegenkäse. Aber da ist Murat der totale Fan. Also da wählt ihr einfach den Käse, den ihr gerne habt. Aber Schafskäse passt schon super dazu. Dann einen Hauch Petersilie. Etwas Spinat. Vorsicht heiß, nicht verbrennen. Und jetzt kommt der wichtige Part. Ich habe jetzt hier kleine Eier. Wenn ihr aber keine Eiergröße S findet, könnt ihr auch Eier in der Größe M nehmen. Und dann macht ihr es so. Das wird ja jetzt ein Frühstücksei im Muffin. Und damit das Ganze nicht überläuft, weil einfach das Ei zu groß ist, trenne ich jetzt das Ei zuerst, setze dann erst das Eigelb rein und dann das Eiweiß darüber. So kann ich sicher gehen, dass nichts überschwappt. So, das reicht schon. Und das Eiweiß, was dann übrig ist, kann ich einfach weiterverwenden und kann zum Beispiel Baiser machen. Also bitte nicht wegschütten. Oder einfach ein Rührei. Wenn ihr das Eiweiß ein bisschen verrührt, könnt ihr es sogar besser portionieren, weil es dann nicht mehr so zusammenhängt. Als Würze kommt jetzt noch Schafskäse auf das Ei. So kann ich auf zusätzliches Salz verzichten. Pfeffer mache ich aber erst nach dem Backen. Und die kommen jetzt bei mir in den vorgeheizten Backofen. Und je nachdem, ob ihr die Eier hart gekocht oder noch ein bisschen weich haben möchtet, müsst ihr sie eben länger oder ein bisschen kürzer drin lassen. Musik 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 Die Muffins sind jetzt gebacken und ich habe sie jetzt ein bisschen abkühlen lassen. Ich finde, sie schmecken auch warm und kalt sehr gut, also könnt ihr auch super vorbereiten. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr sie gerne nochmal mit Petersilie bestreuen und auch nochmal mit dem Schafskäse, ganz wie ihr wollt. Simi, magst du probieren? Ja. Das sieht ja nicht richtig gut aus. Das sieht super aus. Das sind deftige Muffins, oder? Yes. Ich dachte, es waren Aprikosen, aber das sind Eier. Stimmt, ja. Und ich habe ja auch schon mal, ich glaube, Aprikosen-Muffins gemacht, oder? Ja, sowas ähnliches. Die so aussagen, aber die waren süß. Da wussten wir nicht, ob es jetzt Aprikosen sind oder die wir bearbeiten. Siehst du? Gut. Probierst du mal. Und als ich sie aus dem Ofen genommen habe, ich habe sie, warte, 18 Minuten gestellt plus nochmal drei, also 21 Minuten. Da war das Ei noch ein bisschen weich. Wenn man sie dann direkt aus der Muffinform rausnimmt, bleibt es auch weich. Wenn man es drin lässt, zieht es halt noch nach. Und? Mhm. Mhm. Spinat? Mhm. Spinat, Schafskäse. Muss ein bisschen mehr vom Ei noch abreißen jetzt. Ja. Aber... Ich glaube, ich würde bei mir selber noch so ein bisschen Schafskäse drauf machen. Ich habe auch schon eins abgebissen und probiert. Und ich glaube, Chili wäre auch super. Mhm. Oh, Chili vergessen. Ah, im Teig habe ich sogar Chili. Aber wir zwei sind so chili-resistent. Mhm. Und die anderen finden es scharf nur wenig. Guckt mal, in der Mitte. Richtig genial. Ich finde auch die Schichten schön. Käse mit Spinat und Petersilie. Oben das Ei. Schon schön. Komm. Schmeckt das super. Dann nehmen wir das noch für die Jungs mit. Und das Rezept findet ihr auf sallys-blog.de. Vielleicht wollt ihr es mal nachmachen. Wie gesagt, für ein Frühstück, aber auch zum Abendessen finde ich sie genial. Oder zum Picknicken. Also ihr könnt die auch super überall hin mitnehmen. Wenn ihr das Rezept nachmachen wollt, dann findet ihr es auf sallys-blog.de. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So. Ich habe echt super zum Frühstück gehabt. Gell? Einfach ganz praktisch. Ich finde es auch cool. Ja. Auch zum Mitnehmen fürs Büro, für die Arbeit. Ja. Wenn man aus dem Haus geht. Für die Kinder, für die Schultasche. Herzhafte Muffins. Oh, cool. Herzhafte Muffins für Kinder in die Schule. Also wenn ihr da mal Rezepte haben wollt, dann denke ich mir was Cooles aus. Schreibt es einfach in die Kommentare. Tschüss. Good luck. Tschüss. Es ist jumping abgesags. Untertitelung des ZDF, 2020